Ja, der Waldmigrobauer hat ja acht Punkte und kann immer noch mit dabei sein, wenn es um die Vergabe der Trophäe am Tag geht, aber das werden wir jetzt erleben in diesem Start. Bis jetzt hat keiner mehr wie elf Punkte und das sind wir richtig gespannt auf diesen Ausgang. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Rennleicht wird sich besser positioniert, zieht nach außen, nach dem Ziel noch geht es um Führung. Einfach, super, aber da noch mal anfangs. Jetzt in die letzte Runde. Lukas Spieger geht immer noch auf den Ball. Also, da der Schienenblatt Nullbauer geht ins Spiel. Er ist der resembles Abbearias. Valentin Rohbauer vermutet hier drei Punkte, zwei Punkte gibt es hier für Lukas Finage Deutschland, einen Punkt gibt es für Paco Castagnia Italien und Renetens Deutschland, null Punkte hier. 81,5 war hier der gefahrene Schnitt. Was war das für ein Hammerlauf von Valentin Rohbauer, da hat er noch ein bisschen gekämpft, jetzt hat er auch ein bisschen Glück gehabt bei Paco Castagnia, da hat er einen Klappen gehabt, das war die schade Hammerleitung von Valentin Rohbauer, man sieht auch, er freut sich, wie er sich hier einstellt, da das kam, Hammerleitung.